Guten Abend, Herr Merz. Guten Abend, Herr Zamperoni. Wenn Sie an Olaf Scholz' Stelle gestanden hätten vor einem Jahr, hätten Sie auch eine Zeitenwende ausgerufen? Der Bundeskanzler hat ja heute genau vor einem Jahr eine wirklich große Regierungserklärung abgegeben. Und er hat für diese Regierungserklärung einschließlich seiner Formulierung um die Zeitenwende stehenden Beifall aller Fraktionen des Deutschen Bundestages außer ganz rechts und ganz links bekommen. Und daran können Sie ablesen, ja, es war eine gute Regierungserklärung. Dem nehme ich, dass Sie das wahrscheinlich so ähnlich auch gesagt hätten. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass diese Zeitenwende in der Gesellschaft auch angekommen ist, dass dieser Krieg in Deutschland auch als Zäsur wahrgenommen worden ist, dass wir wirklich was verändert haben und sich was verändert hat? Für die Menschen schon. Die Bevölkerung versteht, dass dieser 24. Februar 2022 ein wirklich tiefer Bruch in unserer europäischen Geschichte ist. Der Bundespräsident hat ja auch vom Epochenbruch gesprochen. Die Frage, die wir uns allerdings stellen hier in Berlin, und wir werden das ja diese Woche Donnerstag dann auch im Deutschen Bundestag tun, ist die Zeitenwende eigentlich in der Bundesregierung angekommen. Die Bundesregierung macht ja alles, was mit diesem Thema zusammenhängt, in sogenannten Sondervermögen und Sonderhaushalten. Alles andere wird abgearbeitet. Ich habe dem Bundeskanzler schon vor einem Jahr im Bundestag gesagt, diese Zeitenwende, wenn Sie sie ernst nehmen, muss Auswirkungen haben auf alle anderen Politikbereiche. Und dass die Bundesregierung einfach den Koalitionsvertrag jetzt weiter abarbeitet, als ob da sonst nichts geschehen wäre. Und den Rest in Sondervermögen, das nichts anderes ist als neue Schulden, sozusagen auf die Seite legt. Das ist das eigentliche Problem, über das wir sprechen müssen. Na gut, aber das ist ja ein Problem, das alle Bereiche betrifft. Und wenn man sich anschaut, Sie haben es gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr, das war ein Punkt. Dann ist Deutschland nach den USA Hauptunterstützer der Ukraine, was die Menge an Militärmaterial, was Geld betrifft. Und das sind ja Lieferungen auch in ein Kriegsgebiet. Da ist ja schon eine Zeitenwende auch bei der Bundesregierung angekommen, würden Sie nicht sagen? Naja, also die Behauptung, dass diese Bundesregierung nun die erste sei, die Kriegsmaterial in Kriegsgebiete liefert, die ist so nicht richtig. Ich erinnere daran, dass die frühere Bundesregierung auch schon die sogenannten Peschmerga unterstützt hat, auch mit Waffen, in dem Konflikt, der im Mittleren Osten stattfindet. Und es sind auch in früheren Jahren natürlich auch schon Rüstungsgüter in Krisengebiete geliefert worden. Also das ist eine neue Qualität, keine Frage. Aber so einzigartig und singulär ist es auch nicht. Im Übrigen hat die Bundesregierung dafür ja auch die Unterstützung großer Teile des Parlaments bekommen. Wiederum nicht ganz rechts und nicht ganz links. Aber wir, die Unionsfraktion, haben ja den Maßnahmen der Bundesregierung auch aus innerer Überzeugung zugestimmt. Haben Sie dann eher ein Problem damit, wie das finanziert wird? Weil Sie sagen, das ist nicht im Haushalt richtig berücksichtigt. Oder ist Ihnen das auch insgesamt zu zögerlich, was da an Zeitenwende passiert? Denn es klingt so eher, als hätten Sie nur finanzpolitische Probleme mit dem Ganzen und nicht andere. Nein, ganz und gar nicht. Die finanzpolitischen Probleme sind das eine. Die innenpolitischen Diskussionen in dieser Koalition ein weiteres. Aber das eigentlich große Problem ist doch, dass der Bundeskanzler diesen Konflikt, diesen Krieg nicht richtig einordnet. Wir haben es hier mit einer tektonischen Verschiebung der Machtstrukturen auf der ganzen Welt zu tun. Das ist doch der eigentliche Grund, warum wir so intensiv diskutieren müssen und warum wir auch in der Bundesregierung so viel Zweifel und so viel Zögernd sehen. Sie nehmen diesen Krieg nicht als das, was er ist, nämlich eine wirkliche tiefe Zäsur in unserer Geschichte. Es wird die Zeit davor nicht mehr geben. Und das hat Folgen, das hat Konsequenzen. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt davon, wir seien bereits im Dritten Weltkrieg. Ich teile diese Einschätzung so nicht. Aber dass es hier einen Konflikt gibt, der weit über das eigentliche Kriegsgebiet, nämlich die Ukraine, hinausgeht, dass wir es erstmalig in der Nachkriegsgeschichte mit autoritären politischen Systemen in Russland, aber auch in China zu tun haben, die ganz offen mit militärischer Gewalt drohen, um ihre Einflusssphären zu vergrößern. Das ist eine völlig neue Qualität. Und unsere Einschätzung, auch meine persönliche Einschätzung ist, dem wird die Bundesregierung mit dem, was sie tut, nicht gerecht. Sie versucht so immer gerade eben das Minimum dessen zu tun, was sie meint tun zu müssen, um die Ukraine zu unterstützen bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt, über den wir reden müssen. Naja, aber es wird ja auch gerade bei den Leopard 2-Lieferungen, haben wir gesehen, dass Deutschland ja doch nicht so der Bremser ist, weil die anderen auch nicht mitgezogen haben. Und es wird viel geliefert, das steht fest. Und der Kanzler hat ja für seinen eher behutsamen, abwägenden Kurs, gerade auch bei den Waffenlieferungen, durchaus auch Unterstützer hierzulande. Es geht ja schließlich auch um Krieg und Frieden. Und auf der einen Seite steht eine Atommacht. Können Sie die Motivation, da eher abwägender zu handeln, des Kanzlers nicht auch ein Stück nachvollziehen, bei aller Dringlichkeit? Abwägen zu handeln, behutsam, bedächtig vorzugehen, ist immer richtig. Die Frage ist nur, warum tut der Bundeskanzler das eigentlich? Er ist ja uns allen, auch der deutschen Öffentlichkeit, bisher jede Erklärung schuldig geblieben, warum er so zögert. Warum er sich zum Beispiel so lange hinter den Amerikanern versteckt hat. Und der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten hat ja am Wochenende in einer bemerkenswerten Offenheit erklärt, dass diese Lieferung der amerikanischen Panzer nur auf Drängen des deutschen Bundeskanzlers jetzt zustande käme und es mindestens ein Jahr dauern würde, bis sie überhaupt liefern und es militärisch völlig sinnlos sei, diese Panzer zu liefern. Also die Europäer haben hier nicht schnell genug gehandelt und Europa hat auf Deutschland gewartet. Deutschland hätte eine Führungsrolle übernehmen müssen. Wir waren zusammen in Paris und haben dort 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert. Warum hat der deutsche Bundeskanzler zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten diese Gelegenheit nicht genutzt und zu sagen, wir werden jetzt auch Kampfpanzer und Schützenpanzer in die Ukraine gemeinsam liefern, aus europäischen Beständen, um der Ukraine auch militärisch noch stärker zu helfen. Herr Zamperoni, ich stelle mal eine Gegenfrage. Was werden wir eigentlich diskutieren, wenn wir in einigen Monaten vielleicht feststellen müssen, dass es nicht gereicht hat und dass die russische Armee vielleicht doch erfolgreich ist in dem, was sie dort tut und was die politische Führung des Landes sehr deutlich in den letzten Tagen noch einmal gesagt hat, nämlich ihr Ziel zu erreichen, die Ukraine vollständig auszulöschen. Wo stehen wir dann und welche Vorwürfe müssen wir uns dann erst machen, wenn eine solche Entwicklung, die wir alle nicht hoffen und die wir alle nicht wollen, aber wenn eine solche Entwicklung trotzdem eintritt. Und das hat der deutsche Bundeskanzler nach unserer Einschätzung nicht ausreichend berücksichtigt. Aber das ist doch eine Form von Führung, wenn er sogar die Amerikaner dazu bringt, Zusagen zu machen bei Panzerlieferungen, bei dem Abrams. Und die Zögerlichkeit jetzt der Bundesregierung vorzuwerfen, kommt ja auch ein bisschen Wohlfall daher, wenn man sagt, naja, der Zustand der Bundeswehr, dafür war ja auch die Union jahrelang zuständig. Also Herr Zamperoni, das ist alles richtig, was Sie sagen. Und trotzdem ist es nur ein Teil des ganzen Bildes. Wir haben im letzten Jahr nun gerade aus diesem Grund auch dem sogenannten Sondervermögen zugestimmt. 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr. Übrigens ohne unsere Zustimmung hätte der Bundeskanzler weder im Deutschen Bundestag noch im Bundesrat eine Zustimmung bekommen. Alle SPD-geführten Landesregierungen, die unter Beteiligung der Linkspartei arbeiten, haben nicht zugestimmt. Das heißt, unsere Zustimmung war notwendig und wir haben sie aus Überzeugung gegeben. Aber ein Jahr später, heute, müssen wir feststellen, dass von diesen 100 Milliarden Euro noch nichts ausgegeben worden ist. Es sind jetzt einige Bestellungen gemacht worden. Aber die ganzen Bestellungen hätten im letzten Jahr gemacht werden können. Und das sage nicht nur ich, das sagen ja auch Kolleginnen und Kollegen aus der FDP-Fraktion, aus der Grünen-Fraktion, selbst aus der SPD-Fraktion kommen solche Hinweise. Warum wird das eigentlich alles so spät gemacht? Der Eindruck bleibt, dass der Bundeskanzler zögert, zaudert und immer nur auf Druck dann auch Entscheidungen trifft. Ich hätte es an seiner Stelle für anders richtig gehalten, Entscheidungen zu treffen der Ukraine schnell und rechtzeitig zu helfen, damit dieser völkerrechtswidrige Angriff der russischen Armee schneller und besser hätte zurückgedrängt werden können. Herr Merz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.